Dieses Pferd geht Garnelen fischen. Bei Ebbeck geht's los. Ein Netz ist gespannt. Darin sollen sich die Garnelen verfangen. Mit Pferdefischen geht's ganz ohne Treibstoff. Ist also super umweltfreundlich. Pferdefischen ist in Belgien eine uralte Tradition. Doch eins müssen die Besitzer schaffen, die Pferde ans Wasser gewöhnen. Und dann geht's los.